gestärkte eisenplatten haben wir mit beton haben wir mit logistik dann haben wir mit eisenstein bräuchte kupfer kupfer ich bin krampf nun am arbeiten das sieht schon wieder aus kein strom das ist schlecht ich habe gar keins mit deswegen die kann ich bauen das kann ich turbo da habe ich mit noch mal wieder voll so und hier haben wir ein statue nochmal dat 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 funktioniere muss ich bauen splitter kann ich bauen fahrerbinder kann ich bauen hoffentlich strom strom transport logistik kann ich auch ich hatte erst mal mustang das für licht richtig die auch eine erleuchtung habe glaube ich denn also hier haben wir jetzt motor fertig und den stator fertig cool so das heißt jetzt brauche ich nochmal den motor und ja moment ich bin so verwirrend ja so wir rechnen jetzt nochmal kurz nach wie viele wie viele dinge wir produzieren wie viele brennstäbe wir jetzt pro minute produzieren und dann setzen wir maximal noch zwei atomkraftwerke wenn nur noch eins geht dann bauen wir nur noch eins auch vielleicht update mir das dann auch gleich mal gucken ich habe keinen keine keine genau übersicht dahinten mehr wieder der stand das ist mein problem weil das pusht uns dann natürlich noch ein bisschen mit strom wieder jetzt haben wir nur 250 puffer jetzt hat das 100 puffer ich hätte ganz gerne mal ein bisschen mehr zur not habe ich mir ja schon wenn ihr es gerade kurz gesehen habt schon mal so ein schon so ein schon so ein weiteres feld ausgeguckt für brennstoffgeneratoren wir müssen nicht dahin sondern hier hinten hin zack 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 0,4 die minute 0,4 pro minute 0,8 pro minute 1,1,2 die minute ich brauche aktuell 0,0 stehen die schon auf dem lift ne doch die steht oh die steht schon auf dem lift äh oh scheiße jetzt habe ich kacke gebaut ich habe kacke gebaut ich muss immer ganz schnell weg Nelos komm zu papa Ja, ich habe jetzt. Guck mal, die Brennstäbe stehen auch schon ein bisschen oben, die stehen bis da, das ist optimal. Äh, gut, das kommt morgen. Also theoretisch hat er da kein Problem. Ja, hallo. Hallo. Äh, theoretisch kann ich noch zwei Brandstoffgeneratoren setzen, das klappt. 1,4 im Lager, das passt ja wie Arsch auf Eimer, das ist ja geil. 1,4 im Lager, das ist ja geil. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020